Mensch Leute das ging ja schnell, schon haben wir Season 4. Hallo und herzlich Willkommen. Einrenken mit Inderen. Hallo. Kings Row ist ja gleich meine Lieblings-Map. Verteidigung. Lass mich Mei spielen, lass mich Mei spielen. Das sieht doch schon gar nicht nach einem schlechten Team aus hier. Kann ich gleich den neuen Bastion sehen? Zwei Tanks, zwei Healer. Der Reinhard ist gut vorne am Showpoint, genauso wie ich als Mei. Finde ich unverzichtbar für den ersten Punkt. Ja, Mei ist echt in Kings Row sehr gut. Kings Row und Hanamura, weil die da vorne diese eine Tür haben, wo alle durch müssen. Ansonsten müssen sie sich irgendwo anders durchzwängen, wo wir dann stehen und sie alle wegnatzen. Genau. THAT'S THE PLAN! Ne, tatsächlich sind die Showpoints von Hanamura und Kings Row sehr ähnlich. Ja. Es gibt einen Showpoint und dann einen erhöhten, wo du halt durch musst. Einen erhöhten kleinen Punkt, wo man durch kann. Na, jetzt klingelt das Telefon. Was ist denn los? Während der Aufnahme. Oh mein Gott. Ja. So, das war Mathis, der hat sich angekündigt demnächst zu erscheinen. Hier im TS-Kotema jetzt auf dem Weg ist nach Hause. Vielleicht rankt er dann mit. Achso, ich mach mal Tür zu. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Weil in Wank zählt jede Sekunde. Sag ich immer. Huh. Was war das denn ein kleiner... Oh, klar. Ich bin ja... Oh. Oh, ich bin ja... Ich bin ja... Oh, ich bin ja... Kann er seine Barriere aufladen? Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh. ein bisschen ruhig rein bringen das ist ja schrecklich Mach der Reinhard da oben Wie war das mit weniger Schaden Ich weiß auch nicht Oh Insta tot Also ich muss ja sagen die Besschen Verbesserung finde ich noch nicht ganz gelungen Es ist glaube ich ein bisschen too much an manchen Stellen Oh das ist nicht euer Ernst Ich mache die Wand hin und statt dass er hinterlandet, landet er auf der Wand Weil genau in dem Moment ist er so ein Schritt nach vorne gegangen Ach wie ärgerlich Wie ärgerlich Das hätte uns retten können Na gut der Chosen ist auch gerade online gekommen Ja Mensch Der König ruft die Kinder kommen Ich sehe schon Nee da ist mir zu viel los Vielleicht sollte ich auch wechseln Hey Leute Schön dass ihr auch da seid Schön dass ihr auch da seid Schön dass ihr auch da seid Ja Wollen wir alle Autos raus gehören Ja Besschen weg sehr schön Geht mal nicht so weit vor Lass uns mal ein bisschen hier an dem Showpoint sammeln Damit wir sie hier abfangen können Ja genau damit nicht so was passiert Komm alle zurück Komm alle zurück Ja toll Ja super Weil der Reinhardt nicht zurück kam Ich habe gesagt komm alle zurück Wir sollten uns hier sammeln Und nicht irgendwo in Hololulu Oh Ein feindes Land Ja toll Jetzt dachte ich mir dass genau das passieren wird Meine ultimative Fade Pass mir rein Wie sollen wir alle hinterher stapfen Ja Ja die Wand war auch nicht ganz ideal gesetzt Aber Es war Eine Schockreaktion Ja Darf ich Ich überlege gerade irgendwas zu nehmen Was uns Weiß ich Wässer gegen den Bashen Warum Wechselt unser Bashen eigentlich jetzt weg Weil er wegge... Weil Weil Sie haben Sie haben ja keine Möglichkeiten Gibt es doch Ideale Möglichkeiten Für sowas Aber unsere Zarya Hätte ihn auch so schön schützen sollen Wie Was? 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 Wieso hat denn der durch meine Wand durchgeschossen? Wieso hat denn der durch meine Wand durchgeschossen? Okay Das war gerade sehr merkwürdig Das ist echt normal wie Tanky der wird Ich hab... Ich hab's dir gesagt Ich hab's Das ist dir gesagt Habe ich dir gesagt Oder habe ich dir gesagt Ich hab Discord auch auf die drauf Und Und Keinen Schaden mehr Ich hab's dir gesagt Ich hab's dir gesagt Ich hab's dir gesagt Ja Bestie ist zumindest tot Ich hab's dir gesagt Ich hab's dir gesagt Ich hab's dir gesagt Ich hab's dir gesagt Nicht schön Uhhh Ja Ich hab mal Angst Dass wenn alle nach vorne drin irgendjemand hinten durchgesneakt ist Und Der Stick schiebt Ja, ich hab auch immer geschützt. Kann leicht passieren. Ich drehe mich dann immer so leicht um und gucke, hä? Okay. Wann ich da? Ja. Oh, aha. Oh, das war etwas. Der hat doch auch andauernd ruht, ne? Ja. Schwierig, schwierig. Ich kann mir das auch schwer vorstellen, sowas so wegzubalancen. Das ist ja meist so, dass sie dann ein bisschen zu viel nehmen und... Das ist echt normal. Vor allem, wenn er auch noch geheilt wird, dann kriegt er ihn gar nicht. Ich glaub, der beste wird das neue Meter. Ich glaube auch. Der wird jetzt dauerhaft kommen. Das man sich irgendwie gar nicht glücklich macht. Oh, ja! Schön. Oh, ich glaube ich kam grad. Schön. Das müssen wir auch noch so weit kommen. Ich dachte nicht, dass das das wird. Ja. Aber gewonnen haben wir noch lange nicht. Ja, ich weiß, ich weiß. Jetzt müssen wir im Angriff auch so weit kommen. Aber es ist schön, dass wir überhaupt jetzt, ne? Ja. Die aufgehalten haben, ja. Die aufgehalten haben. Ähm. Ich nehm keine Mei im Angriff. Ich nehm mal... Ja, erstmal ne Fahrer. Ein bisschen von Weitem mit ner Rakete drauf. Kann ja immer mal sinnvoll sein. Es sei denn, es will sonst keiner nen zweiten Tank nehmen. Dann werde ich natürlich. Der ging an dich, Franz. Die Frage. Nee. 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 Ja, was Mercy. Ach wohl. Zwei Flanker? Oh, jetzt hat er nen Soldier. Schön. 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 Das finde ich besser so. Aber, aber zwei Tanks hätte ich schon gar nicht gehabt. War ich denn so unnützlich? Ich hab das Gefühl meiner Ultis, aber schon was man sonst bekommt. Nee, nee, nee. Darum ging es nicht. Einfach mehr, mehr Heilungen. Und wiederbeleben. Ist ne schöne Sache. Find ich. Ja. Muss ich halt nur überleben. Aber ich mag auch, äh, ich mag zwar auch, äh, Zenyatta. Dass er halt auch so ein bisschen Schaden raushaut. Und dass man da ein bisschen was machen kann mit. Ist ne gute Sache. Aber ich mag als Heiler irgendwie auch mal so viel lieber. Und mit dieser Wiederbelebung und alles. Kann halt so ein Game Changer sein. Alle tot! Ich denk nicht. Du musst halt echt nicht treffen. Du musst halt einfach nur... Ja, ja. Linke Maustaste drücken. Du musst halt die anderen mehr machen. Und das ist halt das. Du trägst halt sonst nichts mehr zum Team Ball aus. Achso, äh, Leute. Hier. Werte Zuschauer. Werte Zuschauer. Ich hoffe, ob, äh, einer, einer vernünftigen Einringung und einer vernünftigen, schönen Spielen und dass wir es schaffen, dieses Mal wieder auf Platen zu kommen, natürlich. So wie das aussieht gerade wahrscheinlich nicht. Aber doch. Ist runtergesprochen. Sehr schön. Ähm. Sodass wir, wenn es soweit ist... Oh nein! Wenn es soweit ist, dann auch, äh, A Platin sind und B wunderbar. Wunderbar. Siehst du was? Ich geh einfach durch. Siehst du was? Ich geh einfach durch. Was ich sagen wollte. Damit ich meine Reinhard Goldwache bekomme. So. Letztes... Also Season 3 habe ich ja so wenig gespielt. Da wurde ich ja kaum vernünftig eingeringt. Und die, die ich gespielt habe, sind sie. Waren jetzt so semi. Ja. Coucher ist tot. Reinhard ist tot. Fashen ist tot. Hotog ist tot. Einmal durch, bitte. Super Sache. Das ist sehr schön gewesen gerade. Ja. Ja, ja. Das war gut, äh, guter Fokus. Schöne Sache. Ich hab den, äh... Soldier geflüchtet, während er seine Ulti hatte. Ja. Der feindliche Soldier ist halt nach vorne wegen seiner Ulti. Reinhard ist da hinterher, wollte ihn schützen. Soldier tot, Reinhard tot. Und dann hat, äh, Soldier aufgeräumt. Dann stand der Besten halt auch da, offen, kontinuisch machen. Hinter uns ist ein Rotog, wenn ich das gerade richtig mitbekommen habe. Ja. Ja. Pass da auf, da vorne. Oha! Er hat sich in, äh, in seine, in seine, in seine Todesform... Nein! Bewandelt. Ich bin tot. Hinter uns war wirklich noch der Rotog. Ich hab doch... Ach ne, der Reinhard. Haha. Toll. Und der Rotog. Sind alle hinter uns. Ja, beide. Schön. Ausgerechnet... Weißt du, aus allen Leuten hat er mich rausgehuckt. Das fand ich jetzt gerade echt. Nein! Schade. Oha! Oha! Reinhard ist tot. Das hast du getötet. Okay. Kommt vielleicht irgendwo ein Rotog, ich höre schon wieder. Hm, der ist hier oben. Aber er ist vor mir weggerannt. Er ist jetzt unten irgendwo am rumrennen hinter uns. Ja, ich hoffe, in dem zweiten Punkt auch relativ viel. Ja, der rennt halt hinter uns rum und soll er doch. Soll er doch! Was interessiert uns? Es geht uns fremdes Elend an. Die haben echt viel Zeit. Sollten wir aber trotzdem nutzen. Da kommt der Rotog! Ahhhh Ha... Ich hätte auf ein Vier bestanden. Und ich hab auch drauf geschossen. Ja. Aber ich habe ihn zu 70% getötet, oder so? Ja ja, ja. Ich war ja auch ne Klein-Tierform, so so. Das sieht gerade echt gut aus, wenn wir hier durchgehen. Schade, ich hab Ulti. Geile Sache das. Und ich hatte sogar noch Ult. Ne, ich jetzt. Kleintierform. Und? Erstes Match gleich gewonnen, ist doch schön. Ja, so muss das. Fängt schon mal gut an. Und jetzt werden wir alle verlieren. Hey, hör auf. Ne, war ein gutes Team. Die waren ja auch irgendwie... Die haben immer das gepiegt, was man haben musste. Und Supports waren gut. Leute, großes Lob an euch. Oh, schön. Oh, da kriegt man ja... Orgasmen hier. Dazu zu schauen. Alles klar? Oh. Ja, die Saria war gut. Sade, da ist er nicht dabei. Aber die Saria hat mir sehr gut gefallen. Oh, alle gelieft. Alle Feinde. Der Feind ist gelieft. Und keine Lust mehr auf uns. Ja, ja, ja. Und eine Lootbox. Eine Wahutbox, sagst du? Ich hab noch keine Wahutbox. Eine Wahutbox, ja. Eine Wahutbox, ja. Eine Wahutbox, ja. 90 Punkte, um sich die goldene Waffe leisten zu können. Ist doch toll. Was? Bei mir. Ja, du. Du hast ja auch viel mehr gespielt als ich. Ist so. Ich war ja auch Platin. I-S-S. Was soll das jetzt heißen? Weil du mehr gespielt hast als ich. Ne. Hallo. Ist aber schlechter. Ich glaub, es hackt. Ja. Jedoch zu Hause. Ach, Leute. Ich kann Leute nicht gebrauchen, die so viel Negativität in mein Leben bringen. Als ob ich jetzt hier negativ bin. Ja. Vertreibt man mich. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Erstes Einwaltungsmatch lief super. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschuuu. Ciao. Bye! ! Sieh! Fish sind uns... Sieh! Die Kn measurele Ad��s ust. Aus, sieh! 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 Sieh!? klippst du so?